Harry Smulders, 37 Jahre, 1,83 Meter, 76 Kilo, Olympiareiter, Vize-Europameister und Zweiter der Weltrangliste. Er hat ein unglaubliches Gefühl und ist auch immer für seine Motivation und Einstellung da, damit er als Gewinner aus der Prüfung kommt. Was ihn speziell macht, ist sicherlich seine Ruhe, wie konstant er arbeitet mit jedem Pferd, mit total unterschiedlichen Typen an Pferden. Smulders Rezept im Sattel, in der Ruhe liegt die Kraft und in der Geduld. Ich denke, dass ich da so ruhig bin und ich kann auch warten, bis die Pferde fertig sind. Drei Pferde hat er mitgebracht nach Basel. Capital, Colnardo, Kass und Corrada. Aber die Konkurrenz ist groß. Spitzenreiter aus 15 Nationen, darunter Olympiasieger, Weltmeister und sie, Luciana Denise. Luciana mit Fit for Fun habe ich gesehen hier so. Und sie hat schon zweimal gewonnen hier, glaube ich. Ich glaube, das ist eine von den Favoriten. Harry Smulders, Vize-Europameister und Olympiareiter, aber eins fehlt ihm noch. Der Sieg im Longy Grand Prix von Basel. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020